Ich glaube, es ist Liebe. Ich glaube, mit jedem Moment, mit dem wir die Liebe entfachen und zeigen, entsteht eine unbeschreibliche Energie. Ich weiß nicht wie, aber ich glaube, es ist Liebe. Der Moment, aus dem aus Freundschaft Liebe wurde, kann man nicht beschreiben. Es war einfach da, dieses einzigartige Gefühl, die Schmetterlinge im Bauch und die Art, den anderen zu vermissen, wenn er nicht bei einem ist. Das Herz scheint seit diesem Augenblick seinen eigenen Weg gegangen zu sein. Euch beide verbinden die gleichen Werte, Treue, Humor und immer für den anderen da zu sein. Wenn aus zwei Unbekannten Freunde werden, wenn aus zwei Freunden Vertraute werden, wenn aus zwei vertrauten Menschen zwei liebende Menschen werden, dann spricht man von Liebe. Ihr beide habt euren liebenden Menschen gefunden, mit dem ihr Ja zu einem gemeinsamen Leben sagt, in dem ihr alles miteinander teilen möchtet. Ich frage dich, lieber David, möchtest du heute das Versprechen geben, für immer für Yvonne da zu sein? Möchtest du mit Yvonne die schönste Reise des Lebens gemeinsam erleben? Willst du mit Yvonne ein gemeinsames Leben träumen, planen und verwirklichen und in schwierigen Zeiten nicht den Humor verlieren, dann antworte mit Ja, ich will. Ja, ich will. Zum Zeichen deiner Liebe darfst du Yvonne jetzt den Ring anstecken. Ich frage auch dich, liebe Yvonne. Möchtest auch du heute das Versprechen geben, immer für David da zu sein? Möchtest du mit David die schönste Reise des Lebens gemeinsam erleben? Willst du mit David ein gemeinsames Leben träumen, planen und verwirklichen und in schwierigen Zeiten den Humor nicht verlieren, dann antworte auch mit Ja, ich will. Ja, ich will. Zum Zeichen deiner Liebe darfst du jetzt auch David den Ring anstecken. Und jetzt seid ihr beiden sowas von verheiratet. David, du darfst deine Yvonne jetzt endlich küsse. Ja, ich will. Ja, ich will.